Mein Name ist Brucker Johann. Ich arbeite bei der Firma Prangel. Heute bin ich unterwegs mit einem P370 von der Firma Palfinger. Wir sind hier im Allianz-Stadion, Rapid-Stadion, um die Videovolz beidseitig zu servisieren. Das Gerät ist deswegen so interessant für diese Gegebenheiten, weil es sehr kompakt ist. Kurzer Radstand, hohe Traglast auf großer Reichweite. Wir waren da mit zwei Arbitern auf dieser Höhe ca. 20-22 Meter mit Werkzeug. Es geht darum, dass auch die Traglast ausgenutzt wird auf einer kleinen Fläche. Palfinger